Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Bilg. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nublierten Wohnung liegt bei ca. 41 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 750 €. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.